so hallo wir machen weiter bei jam 2 letztes mal hatten wir ein paar probleme um rauszufinden wo es überhaupt jetzt weitergeht außer bausers castle war der weg zum blauen switch noch nicht offen jetzt ist hier aber noch ein level aufgetaucht was sehr sehr gut ist denn das können wir jetzt spielen what does kill you makes you stronger ist das jetzt auch mit dem lied ist das ein troll level ich sterbe nicht ich sterbe nicht ich werde einfach groß wenn ich sterbe weil was mich nicht tötet macht mich stärker und das brauche ich auch das gibt doch schon wieder auf eine rätselkacke am ende jetzt muss ich wieder groß okay also das seht ihr den lag was war das denn alter ich starte z mz mal ganz kurz neu was war das denn jetzt das war ja verrückt weil ich glaube der ganze laptop weg der fahrt was ist das entschuldigung sagt man nicht kann ich reinklicken nein ich kann nicht mehr reinklicken aber ich hasse das jetzt reagiert er nicht morgen mein gott hat die ich nehme direkt nach dem anderen part auf da war alles in ordnung was ist denn das jetzt das kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen jetzt muss ich wieder klein werden verstanden das wird gleich dass wir dann gleich böse rätsel werden hier okay ich muss den treffen ja und den 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 nicht normales ich muss den einfach nur erwischen okay also ich hoffe es leckt in der aufnahme nicht ganz so krass aber ich meine es wird wahrscheinlich so legen wie ich es auch gerade sehe ja was ist denn das hier alles hier ging auch gerade alles war alles war gerade in ordnung alter ich hasse das wenn dieser laptop deswegen habe ich auch mittlerweile schon einen neuen warum nehme ich nicht einfach darauf auf wer ist ich habe genau die gleichen voraussetzungen es ist nichts dazwischen passiert außer dass ich die eine aufnahme gestoppt und die andere gestartet habe sonst ist nichts passiert und plötzlich leckt es wie sau sowas könnte mich aufregnen merkt man glaube ich gar nicht okay ich muss erst mal ich muss mich da okay ich nehme an jetzt darf ich nicht getroffen werden weil da eine kleine röhre kommt oder so weil man da halt durch muss jo wie hoch mich das zieht ja so mache ich kein spin jump darauf hey wie mache ich den spin jump da so komisch hoch ja weil wenn ich hier sterbe mache ich zwar so einen hohen sprung aber macht keinen spin jump da raus aber der wäre vielleicht praktisch jetzt aber er macht diesen diesen sprung den er so hoch setzt den würde ich gerne als spin jump haben ja kriege ich aber nicht jetzt macht er gar keinen sprung mehr hä 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 den hat er doch gerade mal automatisch gemacht vielleicht vielleicht wenn ich die sprung taste drücke ja hä hä ja jetzt zieht sie mich hier hoch das darf nicht passieren ach deswegen sind die hier dass man nicht getroffen wird ja ja ok verstanden aber wie komme ich jetzt hier hoch ach von dem ding aus ja ja klar oh man oh je ok da muss ich rüber ohne getroffen zu werden und zwar als kleiner ach so ach so weh nein ich bin ah ich bin am anfang groß ich muss einen weg finden klein zu werden so nämlich jetzt kann ich da easy nein hier muss ich am ende ne fast schon fast schon hier nochmal getroffen werden und dann kann ich da drüber oha hui und da muss ich diesen diesen Sprung zu timen ist die Schwierigkeit ah ich muss den ja erst auslösen oh shit aber ich verstehe schon jetzt bin ich klein und berühre dann da hinten den ok der Pilz fährt da nach hinten und bleibt da safe drin in der Lücke alles gut alles gut alles gut ich muss nur den Pilz behalten jetzt kann ich mich nochmal treffen lassen jetzt ist der Pilz ja ah passt schon jetzt ist der Pilz ja in der Lücke und dann passt die Geschichte hui ok sehr gut mittlerweile leckt noch nicht mehr so krass aber das sind Sachen das regt mich unglaublich auf weil man hat es gemerkt also da da kriege ich Zustände wenn irgendwas nicht so läuft und das liegt an solchen Sachen ah ich hasse das ich hasse das richtig es gibt schon genug Sachen die einen stressen dann muss nicht auch noch irgendwie so ein Blödsinn dazu ja danke Karl kaum redet man davon dann muss nicht noch irgend so ein Blödsinn dazu kommen ok jetzt hätte ich es geschafft da drauf zu bleiben jetzt wo der Pilz nicht da ist oh das gibt es ja nicht hallo so nein aber ich muss nicht mal so chillen ich kann eigentlich chillen der kann erstmal da rüber in Ruhe und dann ist ja alles gut jetzt muss er nur da oben drin und dann haben wir es jetzt kommt er runter und ich bin wieder klein so da unten darf ich nicht ok da unten darf ich einfach die ganze Zeit nicht getroffen werden alles klar da oben stand Text ich konnte es aber nicht lesen ich habe den Text registriert aber ich konnte es nicht lesen ok ich darf halt einfach nicht getroffen werden weil sonst zündet es mich ja so nämlich ok Jumps Kaka Jumps 2 ah ja ach guck mal jetzt ist nur noch ein Pilz da ja gut easy way ok den muss ich wohl einsammeln ja das war's ok alles klar war ein interessantes level leider nur ein bisschen wegen dem lagging aber da kann es da wäre nichts dafür ok Alpha Gamers Switch Palace von Electric Angel ok ähm die Frage ist leckt es jetzt noch oder komm ich kann ich kann ich spielen ich will einfach dass es funktioniert so ok cool okay also man muss immer in ein Leben kommen verstanden ah verstanden na das sollte und das sollte man mal ohne States machen weil das ist das ist sonst witzlos also das mit States ist halt echt komplett witzlos immer mal ganz ehrlich es ist ja nichts wo ich sterben kann nein ich habe die letzte verpasst die vorletzte auch ok LR resettet na das kann man sich schon jetzt mal ordentlich geben gut ich habe noch ein bisschen Zusatzprobleme weil es halt gerade laggt dass es ein bisschen arm ist das ist ein bisschen ärgerlich aber das ist einfach nur keine Ahnung was das Gerät jetzt wieder für Probleme hat das lief am Anfang so gut gut ruhigst du dich jetzt mal wieder Laptop was ist dein scheiß Problem du hast den ersten Part wunderbar aufgenommen da hast du nichts gesagt von wegen ich muss lecken und jetzt spinnst du einfach um du kannst mich etwas aufregen so ok ok ich nehme an ja ach so ok wait ah ich komme da nicht durch ja 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 verstanden ok shoot it shoot it nice ach so ja ok man muss jetzt die Shell so oft treffen bis man halt das Leben hat auch eine coole Idee und jetzt auch nicht so schwierig hat nicht geleckt kann nichts alles alles war mein eigener Fehler alles gut war kein Leck kann ich niemandem die Schuld für geben außer mir selbst da gehen wir nochmal hoch die Dinger sind halt random das heißt sie sind nie gleich was random aussagt ja oh mein Gott oh mein Gott so ok auf dem kann ich keine Punkte sammeln oh oh nein oh nein oh das ist sowas das wollte ich nicht aber das könnte funktionieren geht das einfach durch schweben ich glaube das geht durch schweben ich glaube ich muss es gar nicht so kompliziert machen naja wenn ich es passend mache jetzt hat er aber nicht den Treffer geringst ah na das Ding ist der gibt nur einmal einen Treffer dann wird er rot als ich da drauf gelandet und oh nein muss ich wirklich fliegen reicht schweben nicht aus das wäre echt ärgerlich nein schweben reicht aus alles gut und immer wenn ich die treffe neu und dann geht der Punkt hoch und dadurch dass ich die offscreen und wieder rein lade und nicht zwischendurch auf dem Ding lande dadurch kriege ich die Punkte hoch aber das machen wir jetzt wirklich wieder mit States das ist mir jetzt zu blöd ihr seht denn ihr seht das Konzept es reicht nicht doch reicht man muss bis 8.000 und dann kommt das Leben 16.000 wäre sozusagen das Leben jetzt haben wir 2.000 4.000 na ihr seht den man muss das halt jetzt immer wieder das wäre jetzt das Leben wenn ich jetzt nicht verkackt hätte na ihr versteht den Gedanken ok das ist auch interessant mach ich das denn jetzt die schießen doch viel zu langsam oh warte kann ich die übernimmt er die Punkte wenn ich ein Spin Jump auf den Dingern die ganze Zeit mache und das dann das wäre es das wäre sick aber wahrscheinlich ja ja anders kann es nicht funktionieren anders kann der Raum nicht funktionieren ja 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 und dadurch dass ich weiter Spin Jump nehme ich die Punkte weiter mit oh das wird interessant das machen wir ohne States das probieren wir aus wenn Spin Jump ich lieber eine Weile auf den Dingern rum und versuche immer nur einen zu erwischen ja das funktioniert ja ok 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 mal gucken ob wir es bis 16.000 hoch kriegen das Ding ist halt ich kann immer nie so gut abschätzen wann die schießen aber das will ich ausprobieren das will ich jetzt mal ordentlich spielen vor allem es leckt grad nicht mehr ich will es auch jetzt nicht verschreien aber es leckt grad nicht mehr ich glaube der Laptop hat sich wieder beruhigt ich mich noch nicht vielleicht leckt es aber auch nur jetzt grad nicht weil es ein kleiner Raum aber eigentlich lag es nicht am Spiel es war wirklich es hat alles geleckt einfach ich hoffe meine Stimme hat nicht geleckt das wäre richtig kacke ich hoffe es hat ordentlich aufgenommen das Bild hat geleckt das ist klar weil in der Aufnahme hat es auch geleckt aber ich hoffe die Stimme nicht das wäre ärgerlich obwohl was mache ich denn ich kann übrigens nicht versprechen dass ich alles von Bowsers Castle zeige da sind ein paar Räume ich glaube die müssen nicht sein ich weiß es nicht wir haben ja schon gesehen den einen Raum da am Anfang wenn man nach links geht weiß ich gar nicht wie man am Schluss zu Ende spielt nur da war ich ja schon mal am Ende und bin nicht durchgekommen ich denke wir spielen einfach Bowsers Castle einmal durch und wer mehr Räume sehen will darf sich den Hack auch gerne selbst mal angucken man kommt ja recht schnell sogar zu Bowsers Castle hin man muss ja nicht alle Level spielen man kommt ja relativ schnell hin und es gibt hier genug andere die das sicherlich auch gespielt haben wenn man da mehr Räume sehen will dann darf man das gerne auch da tun aber mal gucken vielleicht kriegen wir es auch hin die Räume zu zeigen ich bin gespannt wir werden sehen aber ich meine mich halt zu erinnern dass ich die Räume die wir bisher in Bowsers Castle gesehen hatten hatten mich jetzt nicht so abgerollt dass ich sage ich muss da unbedingt alles gespielt haben und ein paar haben wir ja schon in dieser Karte und ich denke es reicht wenn wir einmal aber wir werden es sehen ich mache halt den nächsten Part nur so die typische halbe Stunde und dann sind wir ja auch schon durch je nachdem wie viel in denen in diese halbe Stunde oder so reinpasst das ist dann halt auch gut also vorausgesetzt wir kommen irgendwann durch den Raum hier noch durch ich will das ohne State schaffen den Anspruch habe ich jetzt es tut mir leid den Anspruch habe ich jetzt ich will diese Stelle ohne State schaffen das ist machbar das fühlt sich deutlich machbarer an als diese blöde Flugstelle gerade mit der Feder wir waren ja schon bei 2000 da war es ja schon nicht mehr so viel ich sollte einfach nicht dabei quatschen ich sollte einfach nicht dabei quatschen deswegen quatsche ich jetzt auch nicht mehr dabei ich hoffe ich habe trotzdem Spaß mir hierbei zuzugucken oh boy aber den Ehrgeiz habe ich gerade es tut mir leid wenn ihr es nicht sehen wollt spult vor bis ihr seht ich habe den Raum verlassen vielleicht sind es eine Viertelstunde ich hoffe nicht ich hoffe nicht dass es aufgeleistet ist eine Viertelstunde ist oder so yes 2000 wir haben es gleich ich bin aufgeregt nein oh Gott ich bliebe noch nein 4.000 oh es ist vielleicht schon kritisch ne oh es ist schon ein Stück bis dahin schön wäre es halt man könnte dann könnte die immer in der Mitte erwischen aber ich glaube das haut nicht immer hin ah das wäre natürlich opti das wäre natürlich opti wenn man immer gleich zwei Hits machen könnte ah das wird wohl nicht ich glaube das ist Wunschdenken oh das war aber jetzt auch nice ok ok nein 4.000 2 noch und man kann sich ja theoretisch ein Konzept überlegen weil es ist ja immer das gleiche das ist ja immer das gleiche es wird nie eine Überraschung geben sowas laufen das ist es das ist es yes wir haben es ohne States geschafft nice bin zufrieden ah verstanden verstanden aus dem kommt ein Leben raus wenn er groß ist der Yoshi das heißt ich muss den Essen äh ich muss ich muss die Fischis essen bevor der andere Yoshi schlüpft was kritisch ist wenn ich zu nah an ihn rein ok das war es nice wir haben es das war easy das war easy ok das verstehe ich auch der muss erstmal so viele Koopas spawnen dass wir dann über den grauen P-Switch haufen weiße Kram bekommen ne so nicht wenn er ganz viele Gelbe spawnt kann ich daraus jeweils nochmal zwei Gegner machen was praktisch ist vielleicht sollte ich das aber am Schluss machen nicht am Anfang weil jetzt macht er eine Disco-Shelter raus ups ich hab da mal ein bisschen was ja das war nicht so gut durchdacht ich sollte sie erstmal ihr gelb lassen die Koopas das Ding ist aber es ist random was er draus macht es kann auch passieren dass er einen Swamp draus macht oder direkt ein Leben er kann theoretisch direkt ein Leben draus machen wenn das nicht rausgepatcht ist stimmt er kann ich glaube es gibt eine Wahrscheinlichkeit dass aus dem Leben ein Block wird äh aus dem Block ein Leben wird ich glaub da gibt es nur wahrscheinlich aber das müssten die rausgepatcht haben das wäre ja sonst äh ziemlich dumm so das dürfte reichen oder? das war nix yeah yeah das oh wait ah das war nix ich wollte grad sagen ich kann es ja eigentlich auch mit der Disco-Sheltern machen und gar nicht mit dem grauen P-Switch na das wäre auch ne Option hier gibt es sogar man könnte also den grauen P-Switch einfach weglassen und das über die Disco-Shel lösen die Regeln wobei das deutlich schwieriger ist also das muss man zugeben das ist deutlich schwieriger das Problem ist halt sobald ich anfange auf die Coopers zu springen laufen die in ihre Shells rein so das ist und dann ist alles vorbei weil dann räumen die ab ja das jetzt das ne meinst die kann ich jetzt noch mitnehmen und tragen hm ah Mist aber die räumen dann ab toll schieß hier hoch wow aber scheinbar wurde das hier rausgepatcht dass der Swamps und sonst was er draus macht da kommen nur die gelben Coopers raus das ist gut oh nein wie viele muss ich nehmen für ein Leben ich glaub 10 Münzen ne oh oh ne shit der Magic Cooper wird auch ne Münze und das Feuer wird auch ne Münze das reicht noch nicht oh natürlich reicht es ich bin komplett dumm sind ja keine 10 ok das ist einfach sagte ich als ich noch nicht wusste das Feuer von der Seite kommt das ist trotzdem einfach na schade ich dachte es geht auch noch ohne Feder am Schluss aber ok das ist trotzdem einfach gar kein Ding gar kein Act ah es ist trotzdem einfach ich muss mich nur ein bisschen ein bisschen umkonzentrieren nein ah zu langsam ok also ich darf ich wirklich nicht treffen lassen das ist ein bisschen ärgerlich ja moin das haut jetzt überhaupt nicht in kann ich eigentlich auch so oder die wenn ich sie ordentlich treffe kenn ich sie nicht ja aber das Ding ist halt wenn ich sie nicht ordentlich treffe kenn ich sie wäre einfacher weil ich dann den Kollegen so nämlich ne das geht das geht nämlich auch das war fast einfacher als mit der Feder hoch ich habe nicht aufgepasst ok oh oh ich muss die Dinge alle killen ok das wird interessant aber die sind ja wieder random oder die sind doch nicht sind die Vorpreise sind die ich weiß es nicht weiß es nicht eins zwei drei fünf shit aber das ist auch eine coole idee auch das will ich ohne states machen sonst fühle ich mich dumm also das ich hoffe man muss ja nicht alle ich hoffe es gibt ich hoffe es gibt mehr als als man braucht weil wenn ich alle erwischen muss ist ein bisschen kritisch vielleicht scheint aber immer der gleiche ablauf zu sein ja die sind fest okay die sind fest dann ist aber dieser zweite hier der da kommt schwierig zu bekommen sonst kommt wieder der untere ja 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 ok dann kommt der obere dann kommt theoretisch der da den lasse ich jetzt aber mal sein ah Mist sonst kommt wieder der vielleicht machen wir dann erst den unteren jetzt habe ich beide verpasst es geht natürlich komplett auch aber seht ihr das keine legs mehr sonst hat sich einfach beruhigt so einfach so wie es kam geht es auch wieder weg und das verstehe ich immer nicht so was ich hasse sowas ich hasse es wenn ich nicht weiß warum etwas nicht funktioniert wenn ich zumindest eine ahnung hätte so keine ahnung Chrome ist offen was weiß ich ne aber es hat einfach so der ganze computer plötzlich gelegt gut man kann sagen Alterserscheinung das kann ich das könnte man zählen lassen ne also den den kriege ich nicht entweder den oberen oder den unteren ich hoffe ich muss nicht alle erwischen vielleicht sollte ich es erstmal zählen und nicht schon ja wir machen wir fahren wir fahren einmal einfach durch ja moin also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn da kommen immer viel mehr da kommen viel mehr ja ja okay wir hätten längst das leben haben können theoretisch wir müssen das überhaupt nicht alle erwischen ich hätte es aus dem punkt immer noch schaffen können okay also das ist dann das ist dann ich muss mich gar nicht so dann ist es aber umso besser wenn ich die ersten gleich alle mitnehme die ich kriegen kann den kann ich mitnehmen den kann ich mitnehmen und jetzt können wir es mal chillen so viel dazu nice gechillt sehr gut aber dann ist das dann ist das kein thema ich mag das level das ist cool so schöne kleine einzelne rätselchen das heißt rätsel so eine mischung aus rätsel und geschick F so eine mischung aus rätsel und geschick okay ich kite oh ich dachte ich kann es reicht wenn ich hoch klettere da muss ich springen okay nevermind so meinte ich das dachte es reicht aber dem war nicht so okay wir lassen die da oben mal weil dann ist es leichter hier dem auszuweichen so okay zack zack jetzt gibt es ein paar die ganz einfach sind mitzunehmen ah den hätte ich mitnehmen können schade ah den hätte ich mitnehmen können schade jetzt ist ja aber auch da oben kommt jetzt glaube ich wieder einer der gut aber was tue ich denn gerade genau der ist gut zack und jetzt nur noch ein leben das ist es und dann würde das ding sogar zurückfahren und man hätte genug Möglichkeiten ach so ich darf jetzt hä ich muß sie jetzt drücken ohne die leben zu sammeln oder was das kann ich ja gar keinen jump machen ich muß mich jetzt irgendwie so reindrücken Ja. Ich kann trotzdem einen Jump machen. Moment, ich will einen Jump machen. Den letzten Switch machen wir nochmal einen Jump. Nein, wir machen einen Jump. Lass mich in Ruhe. Yes. Da ist der Jump. In Jump muss man schon Jumps machen, sonst ist das doof. Nice. War ein schönes Level. Am Anfang war ich sehr wütend wegen Lack. Konnte weder Hack noch das Level, was das war. War einfach so. Ich hoffe, es hat trotzdem in der Aufnahme her nicht so krass gestört. Dann ging es ja deutlich besser. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. Ich könnte mich aufregen. Stimmt denn lang. So. Wo muss ich denn jetzt hier eigentlich lang? Da. Und dann ist nur noch ein Exit über. Und zwar Bowsers Castle. Und da haben wir, wenn wir jetzt mal reingehen, ja schon einige Level gepafft. Ich weiß gar nicht, wo wir, wie wir die Karte sehen. Ich habe vergessen, wie man die Karte aufmacht. So nicht. Äh, wie macht man die Karte auf? LR gleichzeitig auch nicht. Äh, Select auch nicht. Doch, Select. Genau. Genau. Ne, hier. Wir haben einige Läu-räumige ausgelassen. Da müsste man aus dem Raum wahrscheinlich bessere Exits finden. Und keine Ahnung. Ah, es wäre schon... Ja, es wäre schon gut hier alle zu nehmen. Ich guck mal. Ich werde es erst mal durchspielen. Und dann schauen wir, wie viel Zeit übrig ist. Okay? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Tschüss.